Moin und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Ja, es war ja in den letzten zwei, drei Wochen relativ ruhig hier auf meinem Kanal. Ich hatte da mit diesem, wie heißt das noch gleich? Ach ja, mit diesem Real Life ein bisschen zu tun. Deswegen war da etwas mehr Ruhe drin. Jetzt allerdings, kurz vor dem Update 5.3, welches jetzt in, mal nachgucken, in 1, 2, 3, 4 Tagen rauskommt, am 11. Juli. Da haben wir natürlich ein paar Sachen, die wir noch klären müssen. Und zwar die Class Balances, die sie angekündigt haben. Allerwer möchte mit 5.3 jetzt im Juli die Klassen etwas anpassen. Ja, meiner Ansicht nach wird es auch mal Zeit. Denn das letzte Mal, dass die Klassen ein bisschen angepasst wurden, war mit 5.0 im letzten Dezember. Jetzt mittlerweile haben sie festgestellt, dass man vielleicht ein bisschen was machen könnte und sie haben sich da auch etwas überlegt. Bis jetzt war ja Class Balance immer etwas, was gefühlt sehr zufällig, sehr random war. Das war eher so, ja, die Klasse mal ein bisschen mehr Schaden, die anderen ein bisschen weniger. Da war nicht wirklich ein System hinter. Jetzt allerdings habe ich das Gefühl, haben sie sich wirklich ein System überlegt. Und das werden wir uns heute dann angucken, bevor wir uns dann nochmal im Einzelnen die Klassen angucken, die eben angepasst werden und was mit diesen Klassen passiert. Und dann kann man auch so ein bisschen mal in die Zukunft schauen, was wird denn nach 5.3 überhaupt noch gespielt und was wird komplett in die Mülltonne fliegen. Also, Class Balance. Normalerweise hat Bioware Klassen immer so zu den großen Updates gebananced. Ja, mit 3.0, mit 4.0, mit 5.0 haben sie die Klassen immer ein bisschen angepasst, sodass sozusagen die Spieler immer mal eine neue Klasse spielen mussten, weil diese eben etwas stärker war als alle anderen. Damit hatten wir sozusagen so ein bisschen Wandel drin. Ja, natürlich war der Abstand des Ganzen sehr groß, immer so ein bis anderthalb Jahre, bis dann wieder mal eine andere Klasse sehr stark wurde. Aber es gab eben einen Wechsel zwischendrin, was das Ganze natürlich auch ein bisschen interessanter gemacht hat. Die Spieler hatten dann auch ausreichend Zeit, diese Klasse eben zu lernen, damit sie die auch wirklich gut können. Und dann wurde wieder mal ein Wechsel gemacht und es war wieder eine andere Klasse sehr stark. Jetzt werden wir sehr viele Klassenänderungen auf einmal erleben und das Ganze wird nach einem neuen System funktionieren. Denn Bioware möchte jetzt nicht mehr die einzelnen Disziplinen gegeneinander ausbalancieren, sondern sozusagen es wird ein Zielwert an DPS festgelegt. Und dieser Zielwert wird dann eben durch alle Klassen so umstellt, sage ich mal. Das heißt, es gibt den Zielwert und ein paar Klassen sitzen genau auf dem Zielwert. Ein paar sind stärker und ein paar sind schwächer. Je nachdem, was für eine Klasse das ist. Das heißt, wir teilen die Klassen auf in insgesamt vier Kategorien. Das heißt, jede Klasse kriegt erst mal zwei Kategorien. Ranged oder Melee, also ist es ein Fernkämpfer oder ein Nahkämpfer. Und Burst und Sustained. Also ist es eher einer, der in sehr kurzer Zeit sehr viel Schaden raushaut. Oder ist es einer, der erst Dots aufsetzt, die sind ein bisschen verstärkt und dann so über die Zeit hinweg dieses Sustained, diesen etwas anhaltenden Schaden, den auf sich aufbauenden erstmal Schaden besitzt. Das heißt, wir können jede Klasse im Endeffekt einteilen. Ranged und Burst zum Beispiel. Ja, das ist dann zum Beispiel der Söldner im Burstbaum, in einem Arsenalbaum. Oder eben Melee und Burst. Ja, dann haben wir zum Beispiel den Kampfwächter. Das ist ein Nahkämpfer und der hat seine kleine Burst-Rotation. Und so können wir sozusagen jede Klasse in diese zweimal zwei Kategorien einteilen und erhalten dann eine Matrix. Und die können wir sozusagen dann so, wie es hier aufgeschrieben ist, aufstellen. Das heißt, wir haben von oben nach unten sozusagen die stärkesten Klassen stehen oben, die schwächsten stehen unten und in der Mitte haben wir hier unseren Ziel-DPS. Kann man sagen, Ziel-DPS, grob jetzt einfach mal gesagt, sind genau 10.000 DPS. Das heißt, alle Klassen, die Melee Burst, also Nahkämpfer mit diesem Burst-Schaden sind, oder Ranged-Sustained, sprich die Dot-Klassen mit eben, die von Entfernung spielen, Fernkämpfer. Die fahren alle genau auf 10.000 DPS. Alle Klassen, die hier drin stehen, fahren auf 10.000 DPS. Dann gibt es Klassen, Melee, Dot zum Beispiel. Die fahren 5% mehr. Und wir haben Ranged-Burst, also die Fernkämpfer mit einer Burst-Rotation, die eben 5% weniger fahren. Das heißt, hier oben kommst du bis vielleicht auf 10.500 DPS. Hier unten kommst du mit denen maximal auf 9.500. Was hat das für einen Hintergrund? Wenn wir uns mal vergleichen, zum Beispiel den Lethality Operative, also den Tödlichkeits-Saboteur, und hier unten den Arsenal-Söldner, beziehungsweise den Gunnery-Kommando. Da ist natürlich der Unterschied, zum einen, der Söldner steht auf Entfernung. Das heißt, er muss nicht dran an den Boss, während der Saboteur zum Beispiel dran stehen muss am Boss. Das heißt, der Saboteur hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, in irgendeiner Weise in die Mechanik des Bosses mit einbegriffen zu werden. Er muss aus irgendeiner Volt, die direkt am Boss entsteht, rauslaufen oder ähnliches. Dementsprechend ist er gegenüber dem Söldner im Nachteil. Des Weiteren ist der Saboteur in der Tödlichkeit eine Dot-Klasse. Das heißt, eigentlich muss er erstmal eine Weile dran stehen am Boss und dann auch über gewisse Zeit länger immer weiter dran stehen bleiben, um ihm seinen Schaden nach und nach aufzubauen, während der Söldner einfach sich hinstellt, seine fünf Fähigkeiten drückt und erstmal einen schönen TPS-Bike hat. Klar, ist etwas anders, aber grob gesagt. Das heißt, im Endeffekt muss halt der Saboteur viel größere Risiken eingehen, eben nah am Boss zu stehen und damit das Risiko einzugehen, in die Mechanik mit inbegriffen zu werden und eventuell weglaufen zu müssen und damit natürlich Schaden zu verlieren. Gegenüber dem Söldner, der einfach nur auf Entfernung stehen bleiben kann und seine Rotation durchfahren kann. Dementsprechend soll der Operative, der Saboteur, dadurch, dass er eben höhere Risiken eingehen muss, mehr belohnt werden, indem er mehr DPS fährt. Während der Söldner halt ganz am Ende der Karte steht, in absoluter Sicherheit, keine Risiken hat, fast keine, okay. Dementsprechend muss er auch nicht so gut belohnt werden, weil das kann ja jeder, sag ich mal. Das heißt, wir haben ja eine Einteilung sozusagen nach den Klassen. Die Melee-Klassen sind im Allgemeinen etwas stärker, sehen wir hier oben. Während halt die Range-Klassen hier unten etwas schwächer sind. So, und dann haben wir nochmal die Unterteilung zwischen den Dot- und den Burst-Klassen. Ja, wenn wir hier zum Beispiel den Concealment, also den Verborgenheit, das ist das glaube ich im Deutschen, dann, oder hier den Schläger-Schurken, das ist ja derselbe, die sind Burst-Klassen. Das heißt, die können kurz rangehen, hauen einmal ihre Burst-Rotation durch, haben damit wieder ihren DPS aufgebaut und können dann auch kurz wieder weggehen. Das heißt, sie müssen nicht lange dran stehen bleiben, um ihren Schaden aufzubauen. Dementsprechend sind sie auch wieder ein bisschen im Vorteil gegenüber dem Dot-Saboteur und haben dadurch weniger Schaden, weil sie eben weniger Risiken eingehen müssen, indem sie halt länger dran stehen. Wir sehen hier also ein sehr durchdachtes System. Die Klassen, die sehr risikoreich spielen müssen, die werden höher belohnt als die, die nicht so risikoreich spielen müssen. Wir können also sehen, dass Bioware sich da hingesetzt hat und wirklich drüber nachgedacht hat, wie passen wir die Klassen an. Das muss man so erstmal loben, weil bis jetzt sah das nicht so aus, als hätten sie irgendein System dahinter. Jetzt haben wir ein System und auch noch eins, das so an sich erstmal Sinn ergibt. Jetzt kommt aber die Kritik. Das Ding hier, was wir hier vor uns sehen, diese Damage-Groupings, diese Gruppierung ist extrem statisch. Wir sind nicht in der Lage, mal eben zu sagen, hm, der Lightning-Sorcerer, also der Blitzschlag-Hexer, ist gerade sehr gefragt, sehr viele spielen sie ihn, weiß nicht, Bioware guckt in die Logs von den Servern und sieht hauptsächlich Lightning-Sorcerer rumlaufen. Wir buffen den mal ein bisschen und die buffen ihn und schieben ihn hier beim Fury Marauder mit in die Gruppe. Also beim Melee-Quasi-Burst. Das wird nicht funktionieren. Weil dieser Hexer hier ist gebunden an seine Klasse. Das heißt, der kann nicht allzu viel gebuff werden. Wie gesagt, er hat hier zwischen 2,5 und 5% unter dem Ziel-DPS zu sein, weil er eben hier an seine Gruppe gebunden ist. Das heißt, wir können entweder, wenn wir Klassen anpassen wollen, hier innerhalb der Gruppe ganz wenig an den Stellschrauben drehen. Ja, was aber keinen großen Effekt haben wird. Weil ob ich jetzt mit dem Söldner 9600 fahre und mit dem Lightning 9500 oder mit dem Söldner 9600 und mit dem Lightning 9700, das macht den Beratner auch nicht fit. Was wir aber anpassungsmäßig machen können, ist, wir können die gesamten Klassen nach oben oder nach unten schieben. Aber entweder alle oder keinen. Wir können nicht einfach sagen, hier, diese Klasse hier, der Concealment Up, der soll jetzt aber gebufft werden. Der muss jetzt hier hoch und kriegt dann, weiß ich, 7% hier oben drauf. Das wird nicht funktionieren, weil diese Klasse eben an ihre Gruppe gebunden ist. Das heißt, dieses System ist extrem statisch. Wir können hier zwar ein bisschen drin an dieser Reihenfolge hier in den einzelnen Gruppen arbeiten, aber viel drehen, dass man Klassen wirklich bufft und nerft, wird da nicht mehr drin sein. Das heißt, es kann gut sein, und das ist jetzt einfach bloß eine Vermutung, die ich mal aufstelle, dass wir in einem halben Jahr das so haben, dass die Klassen hier oben, sagen wir bis hier, hochfrequent gespielt werden, weil sie eben die Stärksten sind und alles, was ich jetzt nicht markiert habe an Klassen da unten drunter, wird nicht mehr gespielt. Weil keiner mehr Interesse daran hat, weil es einfach zu wenig Schaden macht, weil es keinen Spaß mehr macht, sie zu spielen, weil eben keine großen Zahlen mehr rumkommen. Da fällt im Endeffekt dann Spielinhalt weg. Und da weiß ich nicht, ob das das ist, was Bioware haben will. Aber wie gesagt, System, durchdacht, allerdings sehr statisch. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, welche Klassen wollen sie denn anpassen, denn natürlich, wir haben aktuell nicht diese Liste hier vorliegen, so wie es gerne gewünscht ist, sondern wir haben eben ein bisschen was anderes. Dementsprechend haben wir ein paar Anpassungen. Der Dot-Hexer, der Wahnsinns- bzw. der Gleichgewichtsgelehrte, wird angepasst. Außerdem die Korruption bzw. der Seer, das sind natürlich jetzt Heilklassen, die beiden hier. Dazu haben wir hier drüben noch nichts gehört. Hier ging es ja auch bloß um den DPS. Aber Bioware hat sich gesagt, aus irgendeinem Grund müssen wir den Hexerheiler auch noch ein bisschen anpassen. Dann haben wir den Pyrotechniker oder Plasmatechniker bei Powertech und Frontkämpfern. Den Hass und Gleichgewicht, äh, nee, Serenti, Gelassenheitsschatten oder Assassinen eben. Die Scharfschützen-Skillungen, die beiden Dot-Skillungen, Giftigkeit und Ingenieur werden angepasst. Sowohl beim Söldner die beiden Dot-Skillungen, Arsenal und Innovative Ordnance. Wie die ganzen dann angepasst werden, das gucken wir uns dann gleich nochmal in ein extra Video, in ein extra Video an. Das heißt, wir gucken uns in einem Video die Merc-Anpassung an, in einem die Sniper-Anpassungen, die Gelehrten-Anpassungen und Hexer-Anpassungen in einem. Und dann müssen wir auch gucken, ob wir die beiden hier vielleicht zusammenpassen, weil das ist nicht viel, was hier zusammenkommt. Dann haben wir für jedes Video praktisch zwei Skillungen, die wir uns angucken, wie die angepasst werden. Und, äh, ja, dann bedanke ich mich hier erstmal in diesem Video fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns dann gleich in den anderen Videos wieder, denn die werden natürlich auch noch vor dem 11. Haus kommen. Und solltet ihr Fragen zu irgendwas haben, ne, gerne unten in die Kommentare, da können wir dann gerne drüber sprechen. Und ich versuche natürlich alle möglichen Fragen so gut zu beantworten, wie es geht. Also, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder in einem der anderen Videos. Links dazu findet ihr dann, wenn sie online sind, auch unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, mein Name ist Theo Lohr und ich bin raus. Tschüssing!